Herzlich Willkommen zu meinem Video, am 11.11.2020, das wäre mein eigentlicher Geburtstag gewesen, wenn ich nicht 10 Wochen zu früh auf die Welt gekommen wäre, mit meinen Geschwistern. Ich bin in einem Trilling und der 11.11. wäre der errechnete Geburtstermin gewesen. Heute ist Singles Day und es gibt viele Angebote im Internet mit günstigeren Preisen und so weiter. Und ich habe heute auch schon auf Amazon rumgeguckt, aber noch nichts gefunden. Ähm, gestern war Apple Keynote und ich war Katheterwechsel, sonst passiert momentan nicht viel. Ich habe heute Mittag mit Kerstin telefoniert und der geht es auch ganz gut. Ähm, mein Vater will am Freitag wieder arbeiten gehen. Es ist nur die Frage, ob er rechtzeitig seinen Befund bekommt von der Feststelle. Bei den zweiten, dass er negativ ist und ähm, man kann am Freitag wieder arbeiten gehen, sonst könnte es noch länger dauern. Ähm, also bei der Volkshilfe da, sonst gibt es nicht viel Neues. Fällt zumindest nicht sein, Christoph hat sich noch immer nicht gemeldet. Ähm, den muss Mama jetzt mal anrufen. Sonst fällt mir nicht mehr viel ein. Es ist ziemlich kalt geworden draußen, nur noch zwei bis drei Grad. Wunder, dass es noch nicht geschneit hat. Und dafür sind die Straßen wohl doch noch zu warm. Ähm, die neuen Mix von der Apple Präsentation klingen ganz interessant. nur ziemlich teuer, dafür, dass es Apple neue Prozessor-Generationen sind. Ähm, sonst bleibt mir heute nicht mehr zu sagen, als gute Nacht. Tschau. Eure Ines, bis zum nächsten Mal.